Das Verderben, das über Zarnath kam Im Lande Mnar gibt es einen großen stillen See, der von keinem Strom gespeist wird und aus dem kein Strom fließt. Vor zehntausend Jahren stand an seinem Ufer die mächtige Stadt Zarnath, aber Zarnath steht nicht mehr dort. Es wird erzählt, daß in den unvordenklichen Jahren, als die Welt noch jung war, bevor die Menschen von Zarnath in das Land Mnar kamen, eine andere Stadt am See stand. Die graue Steinstadt Ib, die so alt war, wie der See selbst, und die von Wesen bevölkert war, die nicht schön anzusehen waren. Diese Wesen waren sehr seltsam und häßlich, wie die meisten Wesen einer Welt, die noch unentwickelt und grob geformt ist. Auf den Ziegelzylindern von Kadatheron steht geschrieben, daß die Wesen von Ib so grün waren, wie der See und der Nebel, der über ihm aufsteigt, daß sie wulstige Augen, schmollende, schlaffe Lippen und neugierige Ohren hatten und ohne Stimme waren. Es steht auch geschrieben, daß sie einst eines Nachts in einem Nebel vom Mond herabstiegen. Sie und der große stille See und die graue Steinstadt Ib. Wie auch immer das sein mag, sicher ist, daß sie ein mehrgrünes Steingötzenbild anbeteten, das in die Gestalt von Burgrug, der großen Wasserechse, gemeißelt war und vor dem sie bei Vollmond fürchterlich tanzten. Und im Papyros von Ilanek steht geschrieben, daß sie eines Tages das Feuer entdeckten und daraufhin bei vielen feierlichen Anlässen Flammen entzündeten. Aber von diesen Wesen ist nicht viel überliefert, denn sie lebten in sehr alten Zeiten und der Mensch ist jung und weiß nur wenig über die sehr alten Lebewesen. Nach vielen Äonen kamen Menschen in das Land Menar, dunkle Hirtenvölker mit ihren flauschigen Herden, die Traa, Ilanek und Kadatheron am gewundenen Fluß Ai bauten. Und einige Stämme, die widerstandsfähiger waren als die anderen, drangen bis an den Rand des Sees vor und bauten Sarnath an einer Stelle, wo wertvolle Metalle in der Erde gefunden wurden. Nicht weit von der grauen Stadt Ib legten die Wanderstämme den Grundstein von Sarnath und über die Wesen von Ib staunten sie gewaltig. Doch in dieses Staunen mischte sich Hass, denn sie hielten es für ungeziemend, daß Wesen solcher Gestalt des Abends in der Welt der Menschen umherwandelten. Auch mochten sie nicht die sonderbaren Skulpturen auf den grauen Monolithen von Ib, denn weshalb diese Skulpturen so lange in der Welt blieben, sogar bis zur Ankunft des Menschen, vermag niemand zu sagen. Nur, daß es im Lande Menar sehr still ist und es jetzt weit entfernt liegt von den meisten anderen Ländern, jenen in der Welt der Wachenden und jenen der Träumenden. Als die Menschen von Sarnath mehr von den Wesen von Ib zu sehen bekamen, wuchs ihr Hass und er wurde nicht weniger, als sie entdeckten, daß die Wesen schwach waren gegenüber der Berührung von Steinen und Pfeilen, empfindlich wie Gallard. Und so marschierten die jungen Krieger, die Steinwerfer, Sperrträger und Bogenschützen, eines Tages gegen Ib und erschlugen dort alle Einwohner. Dann stießen sie die eigenartigen Leichname mit Langsperren in den See, um sie nicht berühren zu müssen. Da sie die grauen, gemeißelten Monolithen von Ib nicht mochten, warfen sie auch diese in den See, wobei sie sich angesichts ihrer großen Mühen fragten, wie diese Steine je von weit her gebracht werden konnten, denn so mußte es sein, da es derartiges Gestein im Lande Mnar und den angrenzenden Ländern nicht gibt. So blieb von der uralten Stadt Ib nichts übrig, außer jenem mehrgrünen Götzenbild aus Stein, das nach dem Bilde des Bogrug, der Wasserechse, gefertigt war. Dieses nahmen die jungen Krieger mit sich als Sinnbild ihres Sieges über die alten Götter und Wesen von Ib und als Zeichen ihrer Führerschaft in Mnar. Doch in der Nacht, nachdem sie es im Tempel aufgestellt hatten, muß sich etwas Schreckliches zugetragen haben, denn unheimliche Lichter wurden über dem See gesichtet, und am Morgen sahen die Menschen, daß das Götzenbild verschwunden war und der Hohepriester Taranisch tot dalag, als sei er vor unaussprechlicher Angst gestorben. Ehe er starb, hatte Taranisch in den Altar aus Chrysolid mit groben, zittrigen Strichen das Zeichen des Verderbens geritzt. Nach Taranisch gab es viele Hohepriester in Sarnath, doch nie fand man das mehrgrüne Götzenbild aus Stein. Viele Jahrhunderte kamen und gingen, in denen Sarnath im Übermaß gedieh, so daß sich nur Priester und alte Weiber daran erinnerten, was Taranisch in den Altar aus Chrysolid geritzt hatte. Zwischen Sarnath und der Stadt Ilanek entstand eine Karawanenroute, und die kostbaren Metalle aus der Erde wurden gegen andere Metalle, seltene Tücher, Edelsteine, Bücher, Werkzeug und alle Luxusgegenstände getauscht, die jenen Menschen bekannt sind, die am gewundenen Flusse Ai und jenseits davon leben. So wurde Sarnath mächtig und gelehrt und schön und entsandte siegreiche Heere, um die Nachbarstädte zu unterwerfen. Und bald saßen auf dem Thron Sarnaths die Herrscher über das ganze Land Mnar und viele angrenzende Länder. Das Wunder der Welt und der stolz der Menschheit war das prächtige Sarnath. Aus Polierthem und aus der Wüste herbeigeschaffte Marmor waren seine Mauer, dreihundert Ellen in der Höhe und fünfundsiebzig in der Breite, so daß zwei Streitwagen auf der Mauerkrone aneinander vorbeifahren konnten. Ganze fünfhundert Stadien weiter streckten sie sich und waren nur auf der zum See hingelegenen Seite offen, wo ein Staudamm aus grünem Stein die Wellen zurückhielt, die sonderbarerweise einmal jährlich zum Jahrestag der Zerstörung Ibs anstiegen. In Sarnath verliefen fünfzig Straßen vom See zu den Karawanentoren und fünfzig weitere kreuzten sie. Mit Onyx waren sie gepflastert, mit Ausnahme jener, worauf die Pferde, Kamele und Elefanten trotteten. Diese waren mit Granit gepflastert. Und Tore gab es in Sarnath so viele wie landeinwärts führende Straßen, und jedes war aus Bronze und mit Figuren von Löwen und Elefanten flankiert, die aus einem Gestein gemeißelt waren, das die Menschen nicht mehr kennen. Die Häuser von Sarnath waren aus glasierten Ziegeln und Kalzedon, und jedes verfügte über einen ummauerten Garten und einen kristallklaren Teich. Mit sonderbarer Kunstfertigkeit waren sie errichtet worden, denn in keiner anderen Stadt gab es Häuser wie diese. Und Reisende aus Tra und Ilanek und Kadateron staunten über die glänzenden Kuppeln, von denen sie gekrönt wurden. Doch prächtiger noch waren die Paläste und Tempel und die Gärten, die Zokkar, der alte König, hatte anlegen lassen. Es gab viele Paläste, deren Kleinster gewaltiger war als jeder in Traa, Ilanek und Kadateron. So hoch waren sie, daß man im Innern zuweilen glauben mochte, direkt unter dem Himmel zu sein. Doch wenn die ins Öl von Dothair getauchten Fackeln die Wände erhellten, sah man darauf riesenhafte Gemälde von Königen und Heeren von einer Pracht, die den Betrachter zugleich beseelte und betäubte. Zahlreich waren die Säulen der Paläste, alle ausgetönte Marmor und gemeißelt in Formen von alles übersteigender Schönheit. In den meisten der Paläste befanden sich Mosaikböden aus Beryl, Lapislazuli, Sardonyx, Karfunkel und anderen erlesenen Materialien, so daß der Betrachter glauben mochte, er wandle über bete kostbarer Blumen. Und ebenso gab es Brunnen, die duftendes Wasser in anmutigen Strahlen verspritzten, die mit raffinierter Kunstfertigkeit angeordnet waren. Doch alle Paläste wurden übertroffen, von dem der Könige von Mnar und der anliegenden Lande. Auf einem Paar goldener, kauernder Löwen ruhte der Thron, unzählige Stufen über dem Boden. Er war aus einem einzigen Stück Elfenbein gefertigt, obgleich kein Leben dazu sagen wüßte, woher ein so gewaltiges Stück kommen mag. In jenem Palast gab es zudem viele Galerien und Amphitheater, wo Löwen, Menschen und Elefanten zum Vergnügen der Könige miteinander kämpften. Manchmal wurden die Amphitheater mit Wasser geflutet, das in mächtigen Aquädukten aus dem See herangeführt wurde, und dann führte man erregende Seeschlachten oder Zweikämpfe zwischen Schwimmern und todbringenden Meereswesen auf. Hoch und wundersam war in die siebzehn turmgleichen Tempel von Sarnath gefertigt aus strahlendem, vielfarbigem Stein, der anderswo nicht bekannt ist. Ganze tausend Ellen hoch erhob sich der größte von ihnen, indem der hohe Priester in einer Pracht lebte, die jener der Könige kaum nachstand. Unten waren Hallen so gewaltig und prächtig wie jene der Paläste. Dort scharrten sich Menschenmassen, um Zokalar, Tamash und Lobon zu verehren, die Hauptgötter von Sarnath, deren von Weihrauch umhüllte Schreine den Thronen von Herrschern glichen. Nicht wie die Abbilder anderer Götter waren jene von Zokalar, Tamash und Lobon, denn sie waren dem Leben so ähnlich, daß man hätte schwören können, die anmutigen, bärtigen Gottheiten säßen leibhaftig auf den elfenbeinernen Thronen. Und zahllose Stufen aus Zürkern führten zum Turmgemach empor, von wo die hohe Priester am Tag über die Stadt, die Ebenen und den See blickten. Des Nachts sahen sie den rätselhaften Mond, die bedeutungsvollen Sterne und Planeten und ihre Spiegelbilder im See. Hier wurde der überaus gemeine und uralte Ritus der Schmähung Bogruks, der Wasserechse, ausgeführt und hier stand der Altar aus Chrysolid, der die Verderbensinschrift des Taranisch trug. Gleichermaßen wundervoll waren die Gärten von Zokkar, dem alten König. In der Mitte von Sanath lagen sie, nahmen eine große Fläche für sich in Anspruch und waren von einer hohen Mauer umgeben. Sie wurden gekrönt von einer mächtigen Kuppel aus Glas, durch die die Sonne, der Mond und die Planeten schienen, wenn der Himmel klar war und von der strahlenden Bilder der Sonne, des Mondes, der Sterne und der Planeten herabhingen, wenn er sich bedeckte. Im Sommer wurden die Gärten mit frischen duftenden Briesen gekühlt, die von geschickt bewegenden Fächern erzeugt wurden und im Winter von verborgenen Feuern gewärmt, sodass in diesen Gärten immerfort Frühling war. Kleine Bäche rannen über funkelnde Kieselsteine und teilten grüne Wiesen und vielfarbige Gärten und sie wurden von einer Vielzahl von Brücken überspannt. Groß war die Zahl der Wasserfälle in ihrem Lauf und groß die Zahl der Lilien bedeckten Teiche, in die sie sich ergossen. Über die Bäche und Teiche glitten weiße Schwäne, während der Gesang seltener Vögel mit der Melodie der Gewässer harmonierte. In geordneten Terrassen erhoben sich die grünen Ufer hier und da mit Lauben von Weinranken und süßen Blüten verziert und mit Sitzen und Bänken aus Marmor und Porphyr. Und es gab dort viele kleine Schreine und Tempel, wo man rasten oder zu den kleinen Göttern beten konnte. Jedes Jahr wurde in Sarnath das Fest der Zerstörung von Ib gefeiert und zu dieser Zeit gab es Wein, Gesang, Tanz und Lustbarkeit im Überfluss. Große Ehren wurden den Seelen jener erwiesen, die die sonderbaren uralten Wesen ausgelöscht hatten und das Andenken jener Wesen und ihrer Götter wurde von Tänzern und Lautenspielern verhöhnt, die mit Rosen aus den Gärten zur Kaas begrenzt waren. Und die Könige sahen hinaus auf den See und verfluchten die Gebeine der Toten, die darin lagen. Anfangs mochten die Hohepriester diese Festlichkeiten nicht, denn unter ihnen hatten sich merkwürdige Geschichten darüber verbreitet, wie das Meeresgrüne Götzenbild verschwunden und Taran-Ish vor Angst gestorben war und eine Warnung hinterlassen hatte. Sie sagten, dass sie von ihrem hohen Turm zuweilen Lichter unter dem Wasser des Sees sahen. Doch da, viele Jahre ohne jedes Unheil verstrichen, lachten und fluchten auch die Priester und nahmen Teil an den Orgien der Feiernden. Hatten sie denn nicht selbst auf ihrem hohen Turm oftmals den überaus alten und geheimen Ritus der Schmähung Bogrux der Wasserechse vollführt? Tausend Jahre des Reichtums und Wohlgefallens hielten Einzug in Sarnath, dem Wunder der Welt. Prachtvoll jenseits aller Beschreibung war die Tausendjahrfeier der Zerstörung von Ip. Seit einem Jahrzehnt schon sprach man davon im Lande Menar und als sie näher rückte, kamen nach Sarnath auf Pferden, Kamelen und Elefanten, Männer aus Tra, Ilanek, Kadateron und allen Städten Menars und der Länder jenseits davon. Von den marmornen Mauern wurden in der festgelegten Nacht die Pavillons der Fürsten und die Zelte der Reisenden aufgeschlagen. In seiner Bankett-Halle rute Nargis Hai der König, trunken vom uralten Wein aus den Gewölben des besiegten Pnoth und umgeben von zechenden edlen und diensteifrigen Sklaven. Es wurden beim Festmahl viele sonderbare Köstlichkeiten verzehrt, Pfauen von den entlegenen Hügeln von Implan, Kamelfersen aus der benazischen Wüste, Nüsse und Spezereien aus südatrianischen Hainen und Perlen aus dem Wellenumspülten Mthal, aufgelöst in Essig aus Thra. Soßen gab es in unbegrenzter Zahl, die von den raffiniertesten Köchen aus ganz Mnar zubereitet wurden und dem Gaumen jedes Festteilnehmers angepasst waren. Doch von allen Speisen am meisten gepriesen, wurden die großen Fische aus dem See, jeder von gewaltiger Größe und auf goldenen und mit Rubinen und Diamanten besetzten Platten serviert. Während der König und seine Edlen im Palast schmausten und die krönende Speise betrachteten, die sie auf den goldenen Tabletts erwartete, feierte man auch andernorts. Im Turm des großen Tempels feierten die Priester Orgien und in Pavillons außerhalb der Mauern gaben die Fürsten der angrenzenden Länder sich Lustbarkeiten hin. Es war der hohe Priester Gnai K., der als erster die Schatten erblickte, die vom gewölbten Mond zum See hinabstiegen und die verdammenswerten grünen Nebel, die vom See aufstiegen, um auf den Mond zu treffen und die Türme und Kuppeln des untergangsgeweihten Sarnath in finsteren Dunst zu hüllen. Danach bemerkten jene im Turm und außerhalb der Mauern merkwürdige Lichter auf dem Wasser und sahen, daß der graue Fels Akurion, der sonst nahe der Küste hoch aufragte, fast überschwemmt war. Rasch verbreitete sich eine unbestimmte Furcht, so daß die Fürsten von Ilanek und des fernen Rohkohl ihre Zelte und Pavillons abbauen ließen und abreißten, obgleich sie kaum den Grund dafür wußten. Dann, kurz vor der Mitternachtsstunde, sprangen alle bronzenen Tore von Sarnath auf und ergossen eine rasende Schar, die die Ebenen schwärzte, so daß alle anwesenden Fürsten und Reisenden voller Angst flohen. Denn auf den Gesichtern dieser Schar stand ein aus unerträglichem Entsetzen geborener Wahnsinn geschrieben und sie führten solch entsetzliche Worte im Mund, daß kein Zuhörer innehielt, um auf Beweise zu warten. Männer, deren Augen wild vor Furcht waren, schrien laut auf bei dem Anblick, der sich in der Banketthalle des Königs bot, durch deren Fenster man nicht mehr die Gestalten von Nagres Hai und seiner Edlen und Sklaven erkannte, sondern eine Horde unbeschreiblicher grüner stimmenloser Wesen mit hervortretenden Augen, schmollenden schlaffen Lippen und merkwürdigen Ohren, Wesen, die schrecklich tanzten und in ihren Pfoten goldene, mit Rubinen und Diamanten besetzte Platten hielten, aus denen wilde Flammen schlugen. Und als die Fürsten und Reisenden auf Pferden, Kamelen und Elefanten aus der verfluchten Stadt Sarnath flüchteten, blickten sie erneut auf den nebelgebärenden See und sahen, daß der graue Fels Akurion zur Gänze überschwemmt war. Im ganzen Land Menar und den angrenzenden Ländern verbreiteten sich die Geschichten derer, die aus Sarnath geflohen waren, und Karawanen suchten die verfluchte Stadt und ihre kostbaren Metalle nicht mehr. Es dauerte lange, bis Reisende dorthin kamen, und selbst dann waren es nur mutige und abenteuerlustige junge Männer mit gelbem Haar und blauen Augen, die nicht mit den Männern von Menar verwandt sind. Diese Männer gingen tatsächlich zum See, um Sarnath zu besichtigen, aber obwohl sie den riesigen stillen See selbst und den grauen Felsen Akurion, der sich hoch über ihm in der Nähe des Ufers erhebt, fanden, sahen sie nicht das Wunder der Welt und den Stolz der ganzen Menschheit. Wo sich einst dreihundert Ellenhohe Mauern und noch höhere Türme erhoben hatten, erstreckte sich jetzt nur noch das sumpfige Ufer und wo einst fünfzig Millionen Menschen gewohnt hatten, kroch jetzt die abscheuliche Wasserechse. Nicht einmal die Edelmetallminen waren mehr vorhanden. Der Untergang war nach Sarnath gekommen. Doch halb vergraben in den Binsen lag ein seltsames grünes Götzenbild, ein sehr altes Götzenbild, gemeißelt nach dem Vorbild von Burgrug, der großen Wasserechse. Dieses Idol, das im hohen Tempel von Ilanek aufbewahrt wurde, wurde später im ganzen Land Menar unter dem Gibus Mond verehrt. Das ist ein zweifel ist ein zweifel